Moin Leute, was geht und willkommen zu einer weiteren Folge Blacklight für T-Busion mit mir, dem Showbox, dem Sarge und Kohler und als Special Kunden, den Unstappable aka DuckTune, äh aka irgendwas. Aka, The Tube. So, genau. Moin! Wir spielen wieder Blacklight auf Halo Deck. Ist halt nie so toll. Wir sind ein Team. Ja, wir sind ein Team, das ist ja geil. So geil. Ich kriege auch schon mal eine richtige fette Granat ins Gesicht. Ich hab sie gehört. Ja. Was machst du hier? Meine Texturen müssen sich erstmal irgendwie, ne? So. Achso, Grafikkarte und so? Ja, Grafikkarte brauch ich nie. Ich sag nur, Grafikkarte, Intel, ne? Auf jeden Fall. Ich hab ne Grafikkarte von Netto. Netto, also. Ey, du mal nicht Netto. Ne, kick. Ne, kick. Ja, kick, kick sind gut, die sind gut. Ja, ich hab ja. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, der Kämpfe dahinten diese Steinsschule und so und hier. Ja, ich hab ihn. Du hast ihn. Oh, ne, das schnummern wir noch. Und Witz. Ey, was hast du, ey. Richtig wenig zu tun mit so vielen Leuten. Okay, das ist eine etwas schädiger Runde, weil die alle irgendwie schnell wegsterben. Ne, sie sind einfach Noobs, sag mal so. Genau wie ich. Hihihi. Blum. Ah ja, genau, ähm, ja. Don't touch this. Bester Satz. Was ist ich los, ey? Drei Leben oder was? Richtig gesichtsgelähmte, ey. Unwitz. Gesichtsgelähmte, ey. Ja. Ja. Ja, du springst erstmal runter. Hinter dir ist jemand unsichtbar. Rette dich. Präg dich in Sicherheit an Zappel will. Oh ja, 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 ja. Oh, danke. Checkport. Ja, ich bin meistens. Checkport war checkten. Schau, box. Ich glaub, dir folgt einer deiner Route. Leute, warum? Hä? Der ist so ungefressen. Mann. Oh, Gott, warum? Schießt denn da nicht? Leute, ich hab eine Sekunde, danach hab ich ihn gehetschuttet. Nein, jetzt war es so gut. Das war eine halbe Minute, aber egal. Joachim, komm dann hoch, komm dann hoch, pass auf. Ey, ich sterbe, Eko, also, ooooh! Ja, wo ist das? Wie rastet man, wie rastet man? Wie rastet man? Okay, ich kenne jetzt erstmal Getschilds mit einem Brechelsen. Guck dir bei Textur von dem Zaun, das will ich der Kriegskotzen. Wenn man kotzt, der auf meine nimmt, zwei Softer. Nimm zwei Jungen. Nimm zwei Jungen. Nimm zwei, zwei. Ich nehme jetzt zwei. Nein, nein, nichtestens wird man das dann drauf machen. Ähm, sag mal, könnt ihr mir kurz erklären, warum Showbox erster ist, wenn ich ein Kill mehr hab als sie? Ich bin zweiter. Nimm, weil ich vielleicht ohne Hände spiele? Ohne Hände, genau. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Hände werden heutzutage komplett überbewertet. Ja, auf jeden Fall, Alter. Ich hab Check-Pot. Was ist das für ein Name, Check-Pot? Entweder Check-Point oder Check-Pot. Aber nicht Check-Pot. Hä? Wie heißt Check-Pot? Das heißt so, oder? Ja, das ist doch viel. Ja, sonst. Ja, entweder Check-Point oder Check-Pot. Check-Pot. Was sprayt der rum hier denn? Check-Pot ist doch richtig geschrieben, oder? Anzappel wird? Nein. Nein, nenn dann Jack-Pot. Also so. Oh, bist du geliebt. Toll, was? Oh, diese ganzen Tanks, was soll ich kriegen? So, ich hab mal ein Jack-Pot. Tanks in Richtung. Nein. Loll. Ja, ich kenn mich da nicht so gut aus. In diesem Fachgebiet der, äh, internationalen Geldbranche. Casino, ja. Ja, hier sind ganz viele Anstappel. Echt? Oh, danke. Ich hab mir gemacht. Ganz viel, Alter. Ich lebe. Ja, und eine Hände lässt sich. Ich sag nur, Nase, Hals, Ohren, Mund. KN-O. Ja. Wir spielen nicht mit, wir spielen nicht mit WSD, aber mit HNO. Wenn ich spiele, als Nase. Kommt doch mal, Junge! Was wird denn das? Ich setze mich auf Comment-Controller und ich mach's aus, die sind eigentlich göttlich. Was machst du? Ich setze mich auf einen Controller und dann erschaffe ich göttliches Scores. Ach so, Scores? Ne, Bores? Ne, was? Bores, ja, göttliche Bores. Du erschaffst einen göttlichen Bores. Was bist du gelehnt, einfach so an mir vorbei zu rennen, ey? Och, Könnings, hä? Leube mir klinge, zähle von mir. Ja, das passt mir sehr gut. Jetzt kurz aufhören. Ähm... Bei wem wird gerade, ähm, gefestert in Kundschaft in dieser Runde? Ja, der redet hier mit der Granate vor. Oh, dieser... Mann, Drupolis. Lomm, Lomm, Lomm. Lomm, Lomm. Warum sind alle meine Teammates tot? Weil du weg warst. Tatsache. Äh... Nein, wenn der mich tötet, ich rast sowas von. Was? Nein, das gibt's ja nicht so was Schwules, so was richtig Minderwertiges. Das hätte man... Das hätte man ausrotten müssen. Vorsicht ausbreitet. Alter. Ja. 4,9. Das kann man doch nicht... Das kann mich verkaufen. Ach so, wer es übrigens noch nicht mitbekommen hat, also... Ihr braucht jetzt keine Panik schieben hier. Ey, ich will hier unbedingt bei Klaren what a by sein, hab aber nicht und so. Ich hab kein Blickleid. Ihr braucht... Nein, wir machen noch mal ein extra Video. Ja, genau. Wo wir euch noch mal sagen, wann es losgeht, gegen wen und wer von euch dabei ist. Wir können... Ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall dabei, ne? Ja. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, Micha. Ja, wir gucken, wen wir... Was wir das auswählen. Gegen eine kleine Geldprämie. Ich war's beiseite. Na so, also Serverkosten, ne? Nein, du brauchst nur Hände. Ach so, die hab ich ja. Dann ist ja gut, weil die mag das Hände. Naja, klar. Boah, ja, jetzt hab ich Dägen. Komm halt mal klar. Was ich bei Cola? Was ich mit dir? Wo die Sto hängst du? Why Cola? Sorry? Weil unsere deutschen Jungs kein Englisch können, das heißt, oder? Warum Cola? Immer kurz meine Englisch-Skills raushängen zu lassen. Wir machen besten so, ganze Zeit unten auf so einer extra Unterzeile. Englisch-Übersetzung. Komm, check die Tools, man. Hab ich. Das geht schon. Oh, gut. Die Spaß hier, weil ich komm mal. Ja, jetzt seid ihr da unten und seid gefickt, weil ich hab hier oben den Überblick der Überblicke. Da unten ist mein Kumpel. Weil ich denk, dass ich den nicht gesehen hab. LOL. LOL. Ja. Nix da checkt vor das Denkstumern. Hast du gedenkt? Haha. Leute, warte mal. Ich hab noch eine Frage an euch, alle da draußen. Was heißt N1? Das heißt bestimmt sowas wie No1 oder sowas? Oh, wie? Dein No1 heißt das. No1. Aha, No1. Ja? Sicher? Ja. Und wie muss ich das verstehen? Aha, N1. Ja. Hm. Ha. Tschüss. Hey. Hey. Yo, machs gut. Ja, wo das jetzt? Keine Ahnung, weiße, ich hab noch irgendjemand mal hinterkommt, dass jemand nicht mehr da wird. Einfach mal einen Comment geben. Ebrum, seid ihr dort, was ich mit euch, was ich mit euch. Ha. So wird auf die Studie des Wahnsinnens mich gut zu spielen. Da spielt's übrigens total. Ja, es muss gesperrt werden. Wir machen ja am besten eine Altersbeschränkung hierhin. Ja. Und das Video. Ja, übrigens Biet, Biet vor dem Rhythmus ist es auch ungefähr beim Klammer auf. Also alle müssten halt eben, wie gesagt, der sah und sowas. Dann müssen wir uns ja dem Absprechen vorher schon mit mir, gespielt werden. Wenn es zählt, das wäre könnte man als Spiel hinterlegt. Das wäre ein Rissen. Und dann müssen die auch schon Helodeck-Erfahrung haben. Also wir können jetzt mit... Wir müssen blind Helodeck ablaufen können. Ja, ist echt so. Ach guck mal, ich hab so, wenn ich aufnehme, so... Wir machen mal so... Pixel-Lex, ja. Das ist so... Und das ist dort halt den Kampf, ja. Ungemein. Was machst du? Jetzt gibt's ne Granate. Nein, nein, guck mal, das meine ich. Ich seh nix, nix seh ich. Loll raus weg. Hab ich mal auf Auge gesehen. Neul, jetzt öffne ich auch, ich öffne es. Ich hab's grad zwei Minuten in den Namen zu ihm geöffnet, also ich bin vier. Auf jeden Fall. Ist die Runde jetzt bissel chillig, bissel mehr mit... Kommendation. Ach jo. 20 zu 10, versteh ich kein Kotzen. Na, aber ich? 916, hallo? Also, ne? Selbstmordgefährdet. Ja. Gehst du dort, oder so? Bist du selbst notgefährdet? Nee. Oh mein Gott. Wir alle mit SMG rumlaufen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, ey? Ne, ne, ich raste, ich raste. Okay, okay. Du wärst... Nebzimmer und freut sich ein... Keeks. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Der erfreut sich seine Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Keeks, Würstchen. Oh mein Gott, ich raste. Entfernen Sie sich von der Gesellschaft. Denn das ist ein Staat ohne Gesellschaft. Wo klatscht man hier mal deine Nudel da auf deinen Schnenkeljungen? Das hört man. Nein. Oh, Blast Kill. DG. Nein, ey, Bad Game. Aber irgendwie doch. Äh, äh, Blatt. Ah, was ist WG? Ich schreihe WG. Ich bin ein Kranich. Beat F.J. Ray. Warum ist das B jetzt zu groß? Keine Ahnung. Na, win. The win. Halt, oder? Weil im Englischen wird nichts zu groß beschrieben. Wow, da nimmt doch... Ich bin auch ein eigener, im Bundesneigen. Hey, win, we get's dir, Dega. Okay, ähm, wir sagen mal kurz. Ein Cut, dann sehen wir uns in der zweiten Runde mit Domination. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Leute, hier sind wir wieder. In der zweiten Runde. Nach kurzen Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, du wirst da. Ja, in der Mutti. Seid ihr den geliebt, beide sind. Demnächst. 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 Das kann man ja vergessen, das Hacken. Demnächst in eurem. Demnächst. Demnächst, alter. Oh mein Gott. Richtig geliebt. Was sind das hier? Kannst du das Fireball komplett abkacken, wenn das acht Jahre dauert? Nö. Nee. Jokes. Nee. Nee. Na, nach drei Leuten ist da auch irgendwann für mich zu Ende. Spiele. Spiele. Meine auch, bist du nicht wecken. Crowbox, bist du nicht wecken. Scheiß, bist du nicht wecken, oder? Boah, wie schlecht seid ihr alle? Boah, wie schlecht seid ihr alle? Boah, wie schlecht bist denn du? Ja, ich... Dein Kumpel hat mich mal... Nee, bei so. Konzentrieren, Leute, konzentrieren. Vergangs. Drei, zwei, später. Ist doch noch. Warum steht der neben mir? Wie immer wird es jetzt so sein, dass die zweite Runde besser ist. Deswegen... Ich wurde am besten hier hier hin und dann guckt die erste zur zweiten. Boah, ich kenne das einfach so, aber dann... Boah, ist der gelöst! Es war knapp. So, ihr habt gesehen, ich behalte meine Ruhe. Aber ihr habt gesehen, ich behalte meine Ruhe. Oh, lololol. Der kommt ja einfach reingerusht. Ja, ich hätte schon erstmal gut genommen. Ich hatte noch 25 Leben. Ich weiß, es hat nichts zur Bedeutung. Ich hätte sonst keine Ausrede. Oha, mein größter Erzhand hat das Spiel. Hat der meine? Der hat meine. Nicht dein Ernst, der zu. Oh, fuck. Und mein, äh, und hier, ähm... Ja, na, gegen zwei Ausgänge, ne? Bist du gelähmt? Ich... Nein, da, Baby, komm, der hackt! Schnell, los, renn vor! Oh, Gott. Oh. Boah, das hast du geliehen und alle beide, oder was, oder? Oh, Cola. Erstmal gechillt. Was fände ich denn jetzt? Kein, hallo. Oh, Bille. Oh, lolol. Was denn der noch? Oh, Gott. 31 Live, oder was? Wird ein knappes Belly. Uh, ganz heiß, uh, oh! Ah, heiß, Baby, heiß, Baby. Hat das echt jetzt kap... Oh, mein Gott. Vor allem wie lange mal warten muss, bis ich mal respawn darf, ne? Kann man das schnell mal ein Käppchen kochen? Ein Käppchen, Alter. Ein Kaputinerchen. Ein Käppchen mit Wodiga. Geht ihr alle Wodiga? Wodiga, Wodiga, Muti! Ich kann nichts. Wodiga! Da ist grad... Die sind alle bei B. Gebt mal zu B. Ja, okay, die sind alle bei B. Das ist alle unsichtbar. Ja, ich weiß. Die sind alle unsichtbar gelehnt. Ich hätte dir gesagt, ne? Wäre ich das nicht überlebt? Uh, so wenn Schoobox jetzt wüsste, dass ich gerade bei A. Hacker, weil der ganze was in mir kommt. Deine beiden selben Gedanken hast. So, wöö. Nicht gesehen, du hast mich gesehen, du wolltest beide im Lauf. Okay, ja. Und ich verwarte noch den Verlaufen. Hey, hey. Tschüss. 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 Die spawnen irgendwie... Haben die irgendwie hier so... Ne? Ja. Mal ehrlich, du warst selbst durch die AI gestorben, die jetzt gerufen hat. Na, null. Und jetzt, komm, komm, das war, das ist das beste Sporte der Welt aller. Ach ja. Und jetzt, komm, komm, dann wieder da, vom Kommt, dann wieder fast. 3D Punkt was jetzt bitte ein 3D Punkt was ich als 3D ich drehe Dorschleude ey wir schwecken jemand Emmentaler so rasch der Ehre ohne Witz rasch doch Moin 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 tschüss Kola bitte mach und weg alter bitte wen den Dragon ah ja die du schon weg gemacht hast ja ich werde wahrscheinlich gerade sterben ja danke Showbox ne Flapper Peppa Junge keine Sorge ich hätte sich auch von Oman geschossen ich hab auch mit Oh mein Gott 4 Wien Teil Annahme Anzug es ist geil würde ich mal abkürzen ich mein Freund es ist geil ich hab dich gesehen ich hab auch im Augenblick Showbox also ja den Leuten ja nicht genau auch mein ich würde ich vernichten ich renne genau in die Quelle der in die Quelle des Lebens ja keine Ahnung tot den Ungläubigen so auch auch war so lange wuchs nämlich kann sie nicht die seite beide gelegte oder jetzt haben wir schon es gab so okay so ewig gestriger oder ewig gestriger was willst du hey nö was meinst du mit gestriger lass teelen Junge jo lass teelen achten so freund von dir ach so hey 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 okay 12 13 erster ich würd sagen guckt einfach bis zur zweiten Runde das guckt jetzt ich wenn das macht alles gar keinen Sinn bis zum nächsten Mal wenn es euch gefallen hat und lasst eine positive Bewertung bleiben dann tschau tsch tsch Tschüss.